Was ist die Freizeit? Mir gefällt vor allem die Landschaft und auch die Dörfer. Wetziken, Reuti, Hiwil, Dürmte. Ich bin immer sehr gerne hier, auch in der Freizeit. Ich habe viele Freunde hier. Von früher her war ich lange in der Jugendarbeit tätig, bei der Jubla. Früher hat es geheissen Jungmach Blau-Ring. Und aus dieser Zeit habe ich noch sehr viele Leute, die hier zu Hause sind. Wir brauchen Parteien, die das Land ein bisschen zusammenhalten. Die Gewerkschaften, die SP und die SVP reden schon lange nicht mehr miteinander. Deshalb braucht es Parteien wie die CVP, die das zusammenbringen und irgendeine Lösung auszutüfteln, die alle einigermassen leben können. Zürich ist ein Wirtschaftsstand. Wir brauchen unbedingt ein gutes Verhältnis, ein stabiles Verhältnis mit unserem wichtigsten Handelspartner, das ist die EU. Dann müssen wir schauen zu unserem Klima. Das ist in aller Munde und finde ich auch richtig so. Wir brauchen ein gegriffiges CO2-Gesetz. Und was mir besonders Sorgen macht und auch in meiner Partei, sind natürlich Krankenkassenprämien und Gesundheitskosten. Wir müssen schauen, dass nicht mehr operiert wird als nötig. Heute gibt es immer noch falsche Anreize, dass in den Spitälern zu viel operiert wird. Wir müssen schauen, dass Medikamente günstiger werden. Heute zahlt man für das gleiche Medikament in der Schweiz mehr als doppelt wie im nahen Ausland. Und das dritte ist, dass man mehr ambulant statt stationär behandelt. Also zu Hause und weniger im Spital oder im Altersheim. Wählen Sie die CVP, denn wir setzen uns ein, dass das Land zusammenbleibt und solidarisch.